ein herzliches grüß gott und dankeschön fürs reinschauen auf meinen youtube kanal habt viel spaß beim schauen grüß euch meine lieben youtube freunde zur urlaub ist schon was schönes haben wir genügend zeit in ruhe für pfeifferl den tag schön locker angehen lassen hier rauche ich eine schöne tarot pfeife das ist eine gesteckpfeife jetzt legen hier den kopf runter tun und gefühlt habe ich diesen diese pfeife mit den mcbarn classic roll cake den habe ich von lieben youtube zuschauer bekommen zu proben alles was ich geschenkt bekomme probiere ich auch keine angst ich verschenke es da nicht weiter die wo ich wieder weiter verschenke sind die tabake die wo mir nicht so zusagen und da soll jemand anderes eine freude daran haben aber die werden alle geraucht die was ich geschenkt bekomme ja meine lieben youtube freunde und pfeifenfreunde ich habe schon lange kein unboxing wird noch sie ist da eben gerade wieder ohne kummer die machen jetzt zusammen auf das kleine paket hier habe ich wirklich gerade bekommen drei vor fünf minuten dann schauen wir mal rein zusammen muss ich dann mal schnell mal was anderes hier klicken und zwar ja schauen wir uns erst mal an und dann erzähle ich euch da etwas darüber stellen wir uns mal auf wie gesagt hier war schon ewig keine kein unbank unboxing aber das ist wirklich das letzte na vielleicht ohne das letzte morgen muss ich in die stadt reinfahren für meine frau noch kleines geschenk besorgen und dann habe ich ja einen termin bei orthopäden und dann verknüpfe ich das gleich damit ein geschenk zu kaufen für meine frau und da kommen wir beim pfeifen rüber vorbei und ihr wisst ja pfeifenraucher pfeifen geschäft da kannst du nicht vorbeigehen da musst du ein paar regeln das zieht die ober magnet aber jetzt nichts so trotz schauen wir setzen wir sagen kann ich ja mal gut und zwar da konnte ich einfach nicht widerstehen 20 schlossen auch bei wir haben schon mal gut und zwar da kann sich einfach nicht widerstehen wie wir gestossen auf Ebay. Und wie gesagt, die muss ich unbedingt haben, als eine schöne Bulldog-Variante. Schaut euch mal die schöne Pfeife, der Wahnsinn. Wunderbar, muss ich natürlich noch aufbereiten, aber das soll kein Problem sein, mit 9 mm gefiltert, das sollte eine dänische Pfeife sein. Ich schaue jetzt gerade dahinter, was da eingestempelt ist. Eingestempelt ist schon was, aber ich kann es jetzt nicht erkennen, dass es so klein ist. Hier so klein geschrieben, da brauche ich ein Vergrößerungsglas, aber das soll ja kein Problem sein, das kann ich ja dann da runterschreiben, wenn ich das wieder einstelle. Ich wollte euch die mal ganz kurz zeigen, diese Bulldog-Variante. Wirklich schöne Pfeife, da muss ich gar nicht recht viel machen. Das Mundstück schaut auch noch super aus, nur noch aufpolieren. Pfeifenkopf aufpolieren. Also ein schönes Pfeiferl. Hat ein schönes großes Fünnvolumen. Und für wie viel habe ich gekauft? Für 66 Euro, inklusive Versand, glaube ich. Da hat man nicht viel verkehrt gemacht. Steht nur durch den Handmade Dänemark 9 mm. Aber wie gesagt, ich muss da erstmal herausfinden, wer da dieser Mach ist, weil das war da nicht dabei gestanden. Vielleicht kann ich etwas entziffern, ansonsten ist irgendeine dänische Pfeife. Nichts und trotz hat sie mir sehr gut gefahren. Wie gesagt, schaut sie mal her, die sind wirklich super beieinander. Also für den Preis kann man nichts sagen. Ja, meine lieben Pfeifen und YouTube-Freunde, die werde ich jetzt dann schön aufpolieren und dann geht es dann weiter. Das Video stelle ich jetzt noch nicht ein. Erst wenn die Pfeife wieder schick gemacht worden ist, dann zeige ich es euch. Dann bis später, euer Halbwert für euch. Und wie immer, gesund bleiben dabei, bis ich die jetzt da aufbereitet habe. Für euch. So, meine lieben YouTube-Freunde, zwei Stunden später, so schaut jetzt das schöne Stück fertig. Desinfiziert, poliert, Mundstück wieder schön aufbereitet. Alles wieder Pico Bella, schaut mal her, was die jetzt wieder für eine schöne Glanz hat. Eine wunderbare Pfeife. Nur, wie gesagt, hier ist da irgendwas eingestempelt. Hoppla, wo bin ich? Hier auf dieser Seite ist da irgendwas eingestempelt und ich bekomme das nicht raus, was das ist. Aber nichts zu trotz ist das eine herrliche Pfeife geworden. Da freue ich mich schon, wenn ich das erste Mal rauche. Ja, dann sehen wir uns dann später wieder. Ist doch toll geworden, oder?